So, damit sind wir jetzt bei der letzten Aufgabe für die Woche, nämlich nehme ich die Verkleidung an und lasse drei Kristalle bei der Spire erklingen. So, die Verkleidung haben wir hier ganz unten. Warte mal, ich zoome für euch ran. Zack, 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 zack. Also hier unten gibt es die Verkleidung. Oh Gott, jetzt muss ich mich echt beeilen. So, wenn ihr hier unten quasi reinkommt, einfach quasi hier. Einfach unterhalb vom Air. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder hochbauen, denn die Kristalle haben wir eigentlich sogar schon gesehen. Das war nämlich als... Ach, das ist eben noch schneidend. Guckt doch an, das suchen wir doch. Und zack, das war nämlich der erste Kristall. Hier war glaube ich auch noch einer. Ja, dann haben wir hier nämlich noch. Da haben wir den dritten. So, ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht. Da haben wir den vierten. Zack, so einfach geht das. Wir sind Level 75. Ihr habt damit jetzt auch alle Aufgaben erledigt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wir haben jetzt 20 nach 12. Ich habe es dann auch endlich geschafft. Und gut, man darf nicht vergessen, Familie, Essen, Arbeit. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und natürlich auch gerne meinen Creator-Code eintragen. Yt-Family-Egg. Sei der 41. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.